Mehr oder weniger von Dezember bis Juni hatten wir fast nur Sonnenschein. Und das mussten wir in den vergangenen Wochen mit sehr wechselhaftem Wetter und häufigen Regen bezahlen. Aber es ist abgezahlt. Ab jetzt geht es aufwärts. Die Sonne scheint häufiger. Das Schauerrisiko nimmt langfristig ab. Und grüße Sie damit zum Wochenwetter für die Region Arlberg vom 19. bis 25. August. Und diese Woche bringt uns doch deutlich mehr Sonne als bisher. Der Blick zurück in St. Anton am Arlberg zeigt, immer wieder gab es Schauer. Die Wolken kamen weit runter. Zwischen den Schauern gab es eine weite Sicht, wie hier Lech am Arlberg, wo man weit, weit schauen konnte. Ideal zum Wandern und zum Mountainbiken, was uns in der nächsten Zeit auch bevorstehen wird. Das Wetter ist eben in der ersten Wochenhälfte noch leicht wechselhaft. Mit einer Mischung aus Sonne und Wolken nachmittags und abends entstehen lokale Schauer und Gewitter. Von St. Anton über St. Christoph Stuben Zürs und Lech mit Nachmittagswerten. Je nach Höhenlage und Sonnenscheindauer zwischen 15 und 19 Grad. Und wenn die Sonne am Nachmittag ein bisschen tiefer steht, dann wärmt sie auch stärker. Und wie gesagt, das Schauerrisiko ist nicht mehr allzu hoch. Und das bedeutet für den Dienstag und den Donnerstagabend, da wird abgespult, Arlberger spielen. Und zwar jeweils dann um 21 Uhr. Hier gibt es Fetzen Gaudi in St. Anton und in Lech. Da spielt die Trachtenkapelle am Mittwoch um halb neun. Und die Trachtenkapelle hat eine große Tradition und geht bis ins Jahre 1927 zurück. Wir kommen wieder zurück zum Wetter bei uns. Da ist es noch leicht wechselhaft in den Bergen. Rund um 2000 Meter Höhe liegen die Nachmittagswerte so um die 10 Grad. Vormittags und mittags kann man noch gut wandern und Mountainbiken. Und dann sollte man den Himmel im Auge behalten. Es gibt noch mal dann ein paar Schau und Gewitter. Aber wie gesagt, es werden nicht mehr so viele sein wie bisher. Und legendär und weltweit einzigartig und sehr kernig ist der Arlberger Bike Marathon. Hier wird von den Teilnehmern 300 sind es rund an der Zahl einiges abverlangt. Sie können es gemütlicher angehen, wenn Sie selber zum Wandern oder zum Mountainbike gehen. Es ist eine ideale Region. Und wenn Sie wollen, kriegen Sie auch einen Guide dazu. Das Ganze zwischen 1300 und 2800 Meter Höhe mit ganz, ganz klarer Bergluft. Und diese klare Bergluft bringt immer weniger Schauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen langsam an. Und zu Beginn der neuen Woche, das schauen wir uns dann in der nächsten Ausgabe an, geht es noch weiter aufwärts mit dem Wetter. Der August scheint sich dann schön zu verabschieden. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß in der Region Arlberg.